Hallöchen. Ja, also ich habe mich auf den Weg gemacht Richtung Naflion und ja ich wollte jetzt gerade eigentlich hier so eine Pyramidenruine besichtigen. Also ein paar Steine liegen da. Es regnet und ich wollte die Luke auf und zu machen. Jetzt hakt sie. Sie hat schon mal gehackt. Dann muss ich 50 mal hoch und runter machen, dann ging es. Aber jetzt nicht mehr. Dann lässt sich die Luke nicht mehr schließen. Hier von hinten bin ich dran in den Köpfer. Jetzt habe ich diesen Arm hier abmontiert. Ich zeige. Der ist eigentlich hier so dran. Ich habe den jetzt abgemacht und das ist hier dieser scheiß Arm. Man müsste hier irgendwie so an den Stift rangehen. Habe ich schon vorhin gemacht mit dem Schraubenzieher. Dann lässt sich das auch schließen. Aber jetzt hakt er schon wieder. Der hakt mal hier an dieser Stelle. Ich versuche es jetzt mal mit ein bisschen Öl. Ich habe gerade Olivenöl, ach Quatsch, Sonnenblumenöl hier reingeschüttet und zack, das funktioniert. Schön, ne? Hier hakt er, hier hakt er. Zack und dann geht er wieder rein. So, man muss das ab und zu mal ölen. Dann funktioniert es. Silikonspray oder WD40 Ölspray funktioniert noch besser. Aber hatte ich jetzt nicht. Man kann irgendein Öl nehmen und dann funktioniert es. Also ich bin happy, dass das jetzt so geklappt hat. Weil ich habe echt gedacht, jetzt müsste ich zur Werkstatt. Na ja, habe ich noch hingekriegt und jetzt kann ich die Pyramide besichtigen. Und es hat aufgehört zu regnen. Also es fizzelt nur noch. Die lieben Hunde, die liegen hier drin. Guck mal hier. Guck mal wie brav. Und da liegt ja Buddy. 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 Das ist so gut. Ich guck. Buddy. Och Buddy ist ganz am Schlafen. Buddy Buddy. Vielleicht lasse ich ihn mal schlafen. Mal gucken. Also ich kann auch noch was hier dran machen. Obwohl ich möchte jetzt einmal mir die Pyramiden anschauen. Vielleicht gehe ich schnell allein. Ich bin mal陰quid. Du bist mal der Nurwarrerin. Schlafen. Musik Musik